Wie ihr seht? Äh... Godding! Jetzt habe ich schon ausgeschlafen. Ähm... Ein Rank Game, solange Tricky Marco sich noch verbindet, was aber nicht genau aussieht. Schade. Schade, schade, schade. Dann... Müssen wir aufs nächste Mensch warten. Tja... Kann ich jetzt auch nichts für. Na dann... Hoffentlich verbinden sich diesmal alle. Wäre auf jeden Fall mal schön. Wäre auf jeden Fall mal schön. Your turn to ban. 10 seconds to pick. 5 seconds. Hurry, hurry! Hm? So, ich wollte gerade noch mal gucken. Mein letztes Spiel mit... Luna hatte ich verloren. Was war denn das? Ach so, wir hatten da... Recht... Schlechte Kombi. Wie ist das? Wie ist das? Nur 10 Sekunden. 5 Sekunden bleiben. Hm. 10 Sekunden zu wählen. 5 Sekunden zu bleiben. 5 Sekunden zu bleiben. Jetzt auf einmal... 50 Sekunden zu bleiben. Sehr soft. Nur 10 Sekunden. 5 Sekunden. Hurry, hurry! Was ist das denn jetzt? Wer ist denn hier jetzt zu supporten, wenn ich... Boah, lecko mio. Großartig. Großartig. Triple Lane. Aha. Wir wollen die ausschalten. Mit Eis und Weir. Jetzt bin ich mal gespannt, was das gibt. Okay, die Boots einzeln zusammensetzen. Ja. Ja. Please give me farm. Junge Junge, wenn ich tanken könnte, wäre das schon mal nicht schlecht. Hm. Sniper fehlt. Hm. Hm. Viel haben wir nicht abbekommen. Das ist schon mal ganz gut. 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 Geist. pays. Das ist schon mal ganz gut. Okay, äh. Na ja. Ja. Die guerrinarze. Die- Very gut. Wie versteht Nec. Wie löst Nec. Was hast du?! Der Sniper hat eben so einen hohen Schaden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Shit, Mann. Okay, zwei Supports sind nicht gut. Das sieht sehr gefarmt aus. Jetzt ist er schon wieder gestorben. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Wir müssen wahrscheinlich eher in der Defense stehen an der Statt mit der Offense. Dragon's Rage. By Fuster Wing. Ice and Fire. Emotion. By Fuster Wing. Fire and Ice. So. So langsam, dass die Angriffe angeht. Ice-Docker hat keinen Bock zu warten. Okay. Dang. Wow, shit. Come schon. Warum hat er keinen Ether Shot? Nee, keinen. Who cares? Who cares? We ride the Updraps. Ach, Rubik hat Sniper erwischt. Okay, gut. Ich wollte schon sagen... We go up. Andersrum wäre es ein bisschen ärgerlich gewesen. Ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Ich habe ihn nicht erwischt. Hmm, yes. Ice and Fire. Yes. Ha 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 ha. Blightstone, deswegen. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gut zu wissen. Was? Hm. Lichin ist wieder beigetreten. Nach fünf Minuten. Okay. Auch interessant. Wie ich Kommandos wieder weiß. So ein Shadowsharmon habe ich durchaus eine Chance. Jungs. Ohne Hilfe, Hilfe bringt dir das nichts. Hm. Ja. Das war schon recht weit. Gibt es Szenenagisch und Brandschaden? Falsche Kombi. Ich meine, er könnte mich durchaus platt machen. Wenn er weiß wie. Kann man anscheinend weiß das nicht. Und... Praktisch für mich. Ja. 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 Okay. Okay. Upsa. Sky ist auch raus. Shadowsharmon ist raus. Sieht so aus als hätten wir gewonnen. Allerdings nicht gewertet. Leider. Zeit. Wie. Sieht so aus. Sieht so aus. Ja. Warum? Hier ist das ein Segel. Wie. Ja. Ach. Von der ist. sowieso bisschen naja gut suchen wir gerade noch mal im anschluss 1 das war jetzt nix 0 nummer zehn minuten was ist das schon was ist das schon und Junge, Junge, ich bin ja noch krank hier. So, wie lange brauchst du, um das nächste Spiel zu finden? Okay, um... Mal sehen, Anfänger steht da. Ah, 1200 Sieg, naja, Anfänger ist der nicht mehr, okay. Wir haben einen Support, das ist schön. Oh, da ist der Safelane, falsche Safelane. Wollen wir nochmal sehen. Okay, ich habe den Support auf der Safelane, nicht auf der Off. Hm, ich könnte mir noch eine Mango auf Vorrat kaufen. Gute Frage, oder ich könnte alle Attribute gegen... ...eine Abwehrregion austauschen. Warum nicht? Warum nicht? Ja, 4, 5, okay. Kreuzritter. Der spielt wahrscheinlich nicht mit, äh, zweimal nicht kalibriert, die recht schwach sind. Ich hoffe es zumindest... Ich hoffe es zumindest... Oh, ne, nicht... Dann muss ich Level 6... Das ist die Frage, ob ich auf der Offlane... ...Blood im Jungle, okay. Dann würde Spectre auf der Offlane stehen. Ich weiß, die Frage, ob der... Ich meine Spectre kriegt seinen Farm mit der Radiance, ich kriege meinen Farm mit Level 6. Das ist halt die Frage, weil... ...das kann durchaus ein bisschen dauern, bis der... ...in Form kommt. Tinker, Weaver, Silent... Oh... Ja, geh du... Geht Spectre, Solo-Bot, da kriegt er mehr. Ich brauche nur Level 6, dann kann ich farmen, wie bescheuert. Ansonsten... Bei mir ist das nur... Das ist ein recht festes Timing. Klar... 30 Sekunden bis zur Schlagung. Geht es nicht. Okay... Okay... Lass ihn doch. Einer bleibt da. Oh. Oh. Okay. Oh, jetzt auch nicht, dass Weaver... Mist. Ist Weaver tatsächlich da? Der kriegt dich nicht mehr. Der kriegt dich nicht mehr. Jetzt! Wir werden! Wir werden! Ich meine, das war jetzt definitiv nicht der Plan. Facebooks auf Lancer... Gut, da hat man den Early Game... ...den Early Game Damage... ...gegen Creed ist schon nicht... ...so schlecht. Ähm... Das ist einfach... Ähm... Später brauchen wir aber die Geschwindigkeit nicht mehr... ...vom... ...angreifen... ...her... ...das ist eben die Sache. ... ... ... deswegen ist es immer so ein bisschen... Weil man hat ja den Sprint, den man da dann hat. Normalerweise ist der eben gut genug, um an Leute ranzukommen. So, das war einfach noch mit dem Last Hit. Ja, das war zu knapp. Oh, mich hat er schon wieder nicht mitteilt. Ich würde dir gerne helfen. Oh, Mirana ist auch noch mit dazu gekommen. Oh, nee, hat nur den Arrow dazwischen geworfen, okay. Ich wollte schon... Sicher ist sicher. Oh, die D-Auf-Licht... Oh, okay. Die D-Auf-Licht ist ein bisschen... Das Problem ist halt einfach, ich müsste jetzt mal meinen zweiten Skill holen. Sonst, ähm... Und die Handschuhe für die Angriffsschwindigkeit, weil die Animation ist noch viel zu langsam. Und die Handschuhe sind sehr gut da drin, das zu beheben. Und die Handel... Und die Handel-Pretage... Und die Handel-Pretage... Und die Handel-Pretage... Ja... Damn it! SF-Jets? Dang it. Okay. Yes. Jetzt muss ich mir... Uh. Haha. Wie mies. Tatsache, Tinker ist nicht da. Wo ist eigentlich Lich hin? Das ist mir ein bisschen ärgerlich gerade. Ähm. Blood, okay. Okay. Ähm. We move. Too bad for you, Dekoi. We see them. Ja. Also, das war's wert. Oh, shit. Das ist sehr nett. We understand. Okay. 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 Äh. Ja, das ist... Die Mango ist auf Lancer ganz geil mit dem Mana, was die eben gibt. Das reicht genau für eine Lance. Und oft... Äh. Ist das dann der Faktor... Der letzte Schlag, der... Oder der Slow hilft dir dann... Wirklich dann weiter zu kommen. Das ist dann eben... Oh. Eigentlich müssen wir... Ich bin zu früh rauf gegangen für das... Er hat... Wie gesagt, er hat zu spät das Kommando gegeben. Das kann drauf gehen. Aber hey. Kommt vor. Äh. Alles gut. Noch habe ich Jangos. Noch habe ich Jangos. Komischerweise bin ich den gerade am Outfarmen. Äh. Outleveln. Ich meine... Er hat... Achso. Earthraker fehlt noch. Ich meine... Klar, wenn er mit Earthraker... Und... Dratty Rollstar. Woher ist ja? Wo ist die Rocket dann gegangen? Hmm. Tinker Level 7. Hmm. Ich hab kein Mana. Dammit. Oh Mann, aber halt kacke. Dass dann wirklich vier Leute da sind. Ärgerlich. Gut, das ist natürlich dann ein schöner Vorteil. Ja, oh bla, ich brenne es mal kurz. Schön. Sehr schlimm. Ah, ich hatte noch meine Maske nicht. Ich muss ihn aufteilen. Okay. Oh, mein Lieblingsheld. Also ich bin... Ist natürlich... Kommt drauf an. Also ich finde Lancer schon ganz geil. Allerdings hat er eben viele Counter und nicht viel, wo er wirklich gut gegen ist. Außer man natürlich, man outlevelt die anderen. Dann hat man einen ziemlich hohen Vorteil. Ist halt eben... Sehr situationsabhängig. Man muss dann immer gucken, dass man nicht so viel... Aoi-Schaden im Gegner-Team hat. Weil das ist natürlich dann... Recht unvorteilhaft. Wir klären da dann nicht. Schnell deine Illos. Ich finde es eben geil, weil... Wir haben mal eine neue Hass, nicht? Ich meine, Chaos Knight ist auch gut. Aber wenn da der Illo tot ist, dann ist die weg. Und hier... Da erscheint dann halt einfach eine neue. Von daher... Sag mal. Das ist eben ein großer Vorteil von Lancer, dass da eben andere und neue dazukommen. Manchmal halt schwierig, wenn man irgendwas stacken will oder so. An Camps. Aber... Das haut schon hin. Was ich gut finde noch, ist definitiv Rekki. Dadurch, dass du eben unsichtbar bist und das Talent eben permanente Unsichtbarkeit zum Schluss, wenn du in der Offense bist, das ist einfach Gold wert, weil du einfach dich hinter die anderen stellen kannst. Du kriegst einfach immer den Backstab-Bonus. Als Support... Shadow Charmin. Wegen dem hohen Lockdown und dem Solo-Kill-Potenzial mit Ulti-Shackle-Kombi. Das ist schon nicht schlecht. Ansonsten... Spectre finde ich ganz geil. Braucht zwar eine lange Zeit, bis man damit online ist, aber... Wenn man online ist, dann geht's auch ab. Deswegen... Das ist schon ziemlich nice. Das hatte ich noch. Neckrofoss habe ich eine ganze Weile lang gespielt. Muss ich mal wieder machen. Oh, Silence. So ärgerlich. Oh, jetzt kommen sie. Mist, jetzt wollen sie mich holen. Oh, aber Silence ist so gut wie tot gewesen. Hätte ich meinen Diffusal Blade gehabt, dann wäre das vorbei gewesen. Hm. Definitiv interessant. So. Mit der Morbid Mask. Vielleicht noch schneller voran. What the... Oh, shit. Gut, dass ich sie noch bekommen habe. Was? Spectre. Facebook. Ja, klar. Wo bin ich eigentlich? Wow. Unser Team steht echt gut da. Komm schon. So. Shakira müsste hier eigentlich irgendwo noch sein. Nein. Nein. Okay, dann nicht. Das killt auf jeden Fall schon mal eben seine Regen. Gut, das trifft mich dann komplett. Schade. Äh... Die Raketen von dem sind immer so nervig. Achso. Achso. Das ist natürlich. Hm. Mal sehen. Gut. Jetzt fehlt definitiv. Ah, das ist einfach so cool, dass du das alles dodgen kannst. Dann brauche ich erstmal wieder meine Level-Off. Meiner weh. Okay, Earthjaker, aber der ignoriert mich. Wunderbar. Denken die tatsächlich, ich bin dabei? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber es war wichtig, das Katapult erstmal am Leben zu halten. Vielleicht kann ich die noch ein bisschen Body blocken. Silence at the night. Ah, schön. Na komm, ich will noch tausend haben. Kann ich nicht mehr. Beide Blades holen und dann... All was? Luckertun. Mein Original kommt gar nicht... Mein Original kommt wirklich nicht wirklich zum Angreifen. Das ist echt witzig. Einfach weil die Illus alles blockieren. So, ich mach mich raus. Ist nämlich kein Katapult dabei. Vielleicht komm ich sicher hier über die Orona. Naja, jetzt auf jeden Fall. Oh. Oh. Okay. Ah, Mist. Ich hätte mir vielleicht... Hm, was ist die Frage? Ja, ja. Oh, unbedingt jetzt. Ob ich jetzt unbedingt auf Top hätte gehen sollen. Oh, Illus. Das Problem ist eben... Äh, die geben auch Geld, wenn sie sterben. Noch ein bisschen. Müsste man eigentlich ein bisschen aufpassen, aber... Normal ist der Farm... Gehen wir da weg. Mal. Oh, shit. Falschen angegriffen. Okay. Woo. Yes. Tinker ist hier. Das ist das Problem. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu lange drin bleibe. Ähm. Okay, Tinker könnte weg sein. Das Problem ist einfach, ich muss mich bedeckt halten. Nicht, dass er noch da ist mit seinen Rockets. Solange er mich sehen kann. Shit. Okay, es scheint so, als wäre er auf, äh, auf Top. Gut. Hard. Oder ist Scotty erst? Zuerst besser? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Jetzt könnte man ja eigentlich mal auf Fluch gehen, ne? Wenn man schon alle zerlegt hat. Weaver ist eben so ein, hm. Da ist die Frage, wie er eben gerade steht. Wir werden in Networks hier und so weiter. Oh, shit. Shit, 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 shit. Oh, jetzt kann ich es nicht mehr dodgen. Wenn ich... Oh, ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück. Mein Gaaaahd. Oh mein Gaaaahd. Oh, shit, 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 shit. Oh, shit, 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 shit. Hab ich ein Glück. Wow. Komisch, dass die sich an den Illus verbissen haben. Schade, 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 schade. Und gut, dass Bloodsieger nicht im gegnerischen Team ist, sonst hätten die mich schon so oft aufgespürt. Junge, Junge, Junge. Wenn ich... Obwohl, ein Becher wäre auch nicht schlecht. So ein Mini-Stun. Ein bisschen blöde. Mit Vanguard. Ein bisschen blöde. Warum nicht? Warum nicht? Okay, ich... Was geht? Komm schon. Oh, shit. Das war Glück. Das war Glück. Samstag. Das war Glück. Oh, shit. Das war nicht der Plan Das war nicht der Plan Ich hoffe einfach mal, dass einer hier hin portet Und ich den dann überraschen kann Das wäre zwar schön doof jetzt zum Fronten zu gehen, aber Ja Man weiß ja nie, was die so machen Oh Oh, jetzt natürlich Zwei doofeige Gedanken, nein Einfach nur schnell genug In dem Fall will ich wahrscheinlich eher den Basher zuerst haben Komm schon Wow Mega kill? Echt jetzt? Okay, dass ich Tinker erledigt habe Au, 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 au Nein Das war so dumm Haha Das war so dumm Oh mein Gott Oh mein Gott Silencer Oh mein Gott Haha Scheiße Echt jetzt Alle falsch gegangen Allesamt Das Problem ist jetzt Könnten die durchaus noch da sein Da muss ich aufpassen Okay, Jakir ist da Vielleicht kann ich den baiten Ah, vielleicht auch nicht Mal sehen, ob Tinker sich nochmal mit mir messen will Oh mein Gott Und sind die 800? Würde ich jetzt gerade noch zusammenholen Auch wenn ich den Basher mir eigentlich schon holen sollte Irgendwie bin ich da meist Ich weiß nicht, zu faul Ich koste 1,5,5 Ha Na komm schon Die und hat gerade Oh, ich sollte vielleicht mitmachen Oh mich, dann lass ich mir den Scheiß auch mal ankommen Wo bin ich denn? Oho Komm schon Oh, der Becher ist natürlich im Mist Sonst hätte ich den vielleicht gehabt Das ist ja mehr Damage So ein Mist aber auch Du kriegst nicht das Gold Nachdem du den Kill geklaut hast Was soll denn das jetzt bitte? Ich will meine Godlike Serie haben Okay Okay Oh shit Nein Dang it, nicht, 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 nicht Ich bin tot Oh shit, silence, shit, silence Oh mein Gott Oh mein Gott What the heck Ich hab's tatsächlich überlebt Oh Gott Zur Hölle, ey Wow Unglaublich Hab ich das denn überlebt, ey Oh shit Oh shit Abyssal Blade Und dann Irgendwas zum weiter Slown Macht bestimmt Spaß Okay, drei sind auf jeden Fall Vier sind auf Top Oh man Oh shit Oh shit Yes Let's Yeah Oh shit Die fallen aber auch auf alles rein Sonst immer hast du gegnerische Teams Die echt voll drauf gehen, dass die Dass die dich, äh, fertig machen Und jetzt Finden die nicht mal den echten raus Tinker Na komm schon Shit So ärgerlich Na Dang it Dang it Falschen Gestunt Ich könnte kurz nicht Den falschen Gestunt Das ist vielleicht nerven Das ist vielleicht Oh boy Da Dann Die 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 Dang it. Dang it. Eins von Godlight, oder? Neun, drei. Da hängt kein optimales Lancer-Game durch Jakiros Silencer, aber und Tinker natürlich. Einfach so, I don't care, steht einfach da rum. Ah, Lich ist noch da. 35 Minuten Spiel. Das kann noch bis 40 gehen, eventuell, und dann sind wir aber durch. Das Problem war zum Schluss ja dann nur noch Tinker, der so viel Zünder gegeben hat. Das war ein bisschen... Hm. So, jetzt müsste ich eigentlich ziemlich alles haben. Am Geld. Oh nein, eins ist da rein. Oh. Wir sehen doch. Er ist wieder gewardet. Hm. Okay, Jakira ist da. Die Frage ist... Das geht halt nicht gut gegen mich. Solo. Ein bisschen Blade. Ah, er hat sich unsichtbar gemacht. Schade. Oh, sie gehen drauf. Ah, komm schon. Ah, komm schon. so gut und die noch mal versuchen aufzuräumen ich mein tinker mit dagon in der base wenn er ein level 5 dagon hat Puh... Aber... Okay... Okay... Nehmen wir noch... Aha, ich bin Booting... Okay... Okay... Oh... Du hast die Schmerzen der Mittelfahrt! Ah... Hm... 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 The enemy's middle tower just right on the ground! Yes! Oh... Sollte da vielleicht raus? Ah... 14, 3, 12... War ja nicht schlecht! Und... Ranked, ne? War das nicht so? Hm... Hm... 14... Hm... Weiß ich, wenn man behaupten... Ich war nicht schlecht! Meine Last Hitze hätten noch ein paar mehr sein können! Ja, dann hätte ich... Spectre noch in Farm geschlagen! So, ansonsten aber... 5, 6... 560... Und ja... 562... Dafür habe ich 760 an Erfahrung! Gut, denn... Platzika hat ein bisschen mehr! Leider nur 1000 auf Gebäude! Und... 21 auf Heroes! Da bin ich auch noch knapp hinter Platzika! Und der hat ja... Mit... Ähm... Rapture... Rapture... Äh... Äh... Rapture... Ja... Hat er ja... Viel höheres Schadenspotenzial! Und unsere Mid ist nur auf 21 rausgelaufen! Okay! Okay! Das sieht doch ganz gut aus! Habe ich überlegt... Der nächste... Wäre Tinker mit 14! Und da ist selbst unser Level 21 Mirana mit... Noch... Drüber! Nein! Komm... Hätten wir das noch ein bisschen länger rausziehen können... Dann hätte ich auch noch ein paar Kills gemacht! Weil... Da war ich... Naja... Bin mir nicht sicher, ob Vanguard jetzt der auch... Schlaggebende Faktor war... Aber auf jeden Fall der Crit, den ich rausgekloppt habe... Dann... Mit Level 25... Ja... Da war schon was! So... Jetzt haben wir... Vier... Eine Runde kann ich noch spielen! So... Dann sehen wir uns in der nächste Runde! Dann haben wir uns dann wieder... Dann sehen wir uns in der Runde!